Zeit für ein bisschen Spaß und wir fliegen wieder. Diesmal habe ich die Kamera nicht vorangesetzt. Wir fliegen wieder unsere Sportdrohne und testen ein bisschen rum. Wetter ist bescheiden. Die Kamera ist eine uralte, hat auch schon eine Macke in der Linse. Ich würde sagen, ein Klemm losfliegen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.